Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich mag meine Mutter. Sie ist nicht so wie andere Mütter. Meine Mutter spielt viel Tennis. Auch mit einer Flasche Wodka hat sie noch die Vereinsmeisterschaften gewonnen. Psycho! Danke, es reicht. Wir haben einen neuen Mitschüler. Sein Name ist André Chicha. Check. Ist der geklaut? Nein, ist nur geliehen. Stell dich nachher wieder zurück. Willst du in den Knast, August? Ich bin erst 14, man. Strafe mir nichts mal mit 15. Mit 14 bist du auf jeden Fall Strafe mit. Ich dachte mit 15. Mit 14. Ja! Das ist geil! Jetzt legt ihr Pisser, wie alt seid ihr denn hier oben? Du hast Konservendosen mitgenommen, aber keinen Öffner? Was hast du denn dabei? Ich hielt keine Pizza. Hast du auch in den Ofen gedacht? Ohne Sinn. Das ist genau meine Richtung. Hast du schon mal gefakt? Was? Wahnsinn. Ich stehe in den Ofen, hab ich gesagt! Kevin Korani. Du siehst aus wie ein 14-Jähriger mit Isolierband in der Fresse. So ist gut. Können wir einfach ein anderes Auto klauen? Ich kündige jedes Mal, wenn Sprit alles, ein neues Auto klauen.